Musik hallo ich dachte jetzt schon man kommt da nicht mehr raus und ich bin ja gar nicht nur traiter machen breakdance ist kaputt jetzt tot ist da gerade einer gestorben keine ahnung hallo das biecht auch ab hat ein bisschen unübersicht Guck mal Anna hat hier gesprüht, wir müssen sie bestrafen. Hab ich? Sie ist Traitor. Sie merkt nicht, wenn sie Tauben wirft. Sie merkt nicht, wenn sie sprayt. Hallo? Sind alle tot oder was? Ich will auch mal ganz gerne aus Versehen Nobelpreise. Ah, Gurubai ist es! Ah nein, ne Übers! Da rechts kam noch... Wird das ein Dead... Vita! Kam aus dem Deadring heraus, hab ich es doch richtig gesehen. Gurubai ist es. Schade, dass dein erster Schuss nicht getroffen hat, lieber Gurubai. Ah, da ist der Boss da, Boss da, Boss! Boss da, Boss! Ach, haben wir jetzt drei Traitor, ja? Ja, wir haben auch zwei Detectives. Ah, okay, ja, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Nils hat's versaut. Du hast doch mich danach getasert. Ja, weil du mich... Wir haben doch gestuckt, du Bengel. Weil du auf uns draufgesprungen bist. Und das war ja wohl sein, du bist auf uns draufgesprungen. Nein. Ich war zuerst auf Kapuze. Wieso musste ich dann nach oben tasern, um dich zu treffen? Das spielt ja wohl absolut nicht... Nee, wirklich, ich war ohne Scheiß. Ich war wirklich zuerst auf Kapuze. Nein, du warst zu sauen. Hey! Du warst zu sauen. Wer hat es gefurzt? Wer hat es gefurzt? Wer hat es gefurzt? So viele Boys hat er noch nie gleich gesagt. Wer hat es von sauen? Da geht es nicht weiter, schade. Ich finde die Map gerade ein bisschen komisch. Die ist lustig. Die ist super. Hast du das noch nicht, Grant? Ich bin Österreichisch. Was, hab ich? Hast du gesagt, du findest... Nein. Wieso bist du Traitor und willst mich abknallen jetzt? Ich bin Detektiv. Achso, okay. Möchtest du Traitor sein? Kommt man hier irgendwie wieder raus auf den Subkleis? Kommt man hier wieder raus, wenn man in diesen Bahnhof-Gleis geht? Ja, da ist an der Seite eine Leiter. Wo ist denn ein... Ich hab eben schon eine Diege gesehen. Oh, wie Julius oder? Der liebe Dalu-Kart. Können wir spüren mit dem Panzer. Kommt er gerade in den Kopf? Ohhhh! 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 Er hat sich einen Platz gegönnt am Panzer. Ohhhh! Sag einen Namen! AGP ist... Ja, er ist im Teil. Sag einen Namen! Sag einen Namen! Sag einen Namen! Ja, Julia hat gerade Objekte geschottgunnt, also... Korrekt. Ich hab den AGP jetzt pulverisiert, oder? Ne, doch nicht. Ne. Versuch jetzt aus dem Auto zu springen. Geht das? Ja, aber wie ich gerade... Und das flicken muss. Geht das? Jetzt geht nischt. Frigarino. Peter! Hallo! Hallo! Hier liegt ne Leiche im Keller. Was denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ich hab's gewusst, Kranz. Anne? Anne? Ja? Einer und ich schieße. Was? Ernsthaft? Dann bringt bitte Nils um, ja? Der ist ganz schön aggressiv, der Junge. Da haben wir jetzt zwei auf mich geschossen. Granz ist tot. Granz ist tot, ja. Anne? Anne, schießt du auf Beats? Ja. Nein. Ich stehe ganz hinter oben und steifert runter und dann so, Was machst du da eigentlich? Sie ist ja auf die Sitze von dem Auto. Oh nein, der wird geramed! Geht nicht. Geht nicht. Wie geht nicht? Hab ich doch auch gemacht gerade. Schiss. Autospringen geht bei mir nicht. Hier schon gar nicht. Bei dir, ja. Bei Autospringen sollst du mal nur L springen. Da. Geworben. Haben sie eine Lizenz für die Waffe? Agapiii. Was haben sie da für ne Waffe, Anne? Waffe ich, ich bin Fan. Agapiii ist Traitor. Ne Diegel. Das hab ich auch. Anna hat geschnürbert. Agapiii ist Traitor? Ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, ich hab da gerade... Er wollte euch absnipern. Ich hab das gesehen. Mann! Ist es... Was? Hier die Lampe, ist es noch. Die Lampe ist es noch. Die Lampe ist es noch. Die Lampe ist es noch. Dalu, Dalu. Dalu, irgendjemand? Dalu, okay. Dalu confirmed. Dalu hat aber diesen... Ich hab doch Grenz erschossen. Nein, 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 nein. Yes! Oh mein Gott. Was ist denn da los bei euch? Die zwei Innos tot? Ja, nachdem ja mein ganzes Team an irgendwas gestorben ist. Musste ich ja Credits sammeln, um die wieder aufzukratzen. Hast du gesehen, wie ich dich zugedeckt hab, Grends? Grends, wie bist du gestorben? Ja, ich war doch in dem Fass und hab das immer wieder weggemacht. Grends, wie bist du gestorben? Grends, wie bist du gestorben? Vita? Durch den Fallschaden. Agapiii? Ich hab, ich hab... Grends, wie bist du gestorben? Haha! Sag doch, du wick schießt! Dann hab ich gleich einfach ab. Hey! Oh, wer ist denn hier? Oh, Dalu, Karte! Sord of! Sord of! Nami! Die gibt's aber ziemlich oft, finde ich, oder? Sord of? Ich hab die hier noch kein einziges Mal gefunden. Ich hab die nicht mehr gesehen. Ist nichts Besonderes mehr. Keine Limited Edition. Früher war das mal besonders. Früher konnte man damit angeben, am Schulhof. Heute nicht. Heute ist AK-47 Standort. Er hat's gesagt, Leute. Aber er hat Schwulhof gesagt. Hat er gesagt, ey. Anne will hier aufmucken. Ihr Szenenklapp ist an McDonalds. Oh, sorry. Agapiii? Der war böse. Der war richtig böse. Nils, ey. Also Nils könnte... Also Anne, wenn du Nils jetzt abschießen magst, ist es berechtigt. Wir haben nichts gesehen, Anne. Ja, ich hab auch nichts gesehen. Lass machen. Schieß auch mit drauf, ey. Ich bin unten im Keller. Kommst du rauf bitte mal kurz? Nein! Yay! Warum? Du sollst aufm Schmul hochkommen. Okay, wo soll ich hin? Wo das Auto rum? Ich weiß nicht, ich bin auch da. Er meint aber was anderes mit kommen. Nein! Okay, ihr habt den Beraudo. Kommen Sie mit. Lennen Sie bitte hier hin. Und jetzt die Augen zumachen, Goro. Und den Mund leicht öffnen. Letztens bei den Gewichten teilgenommen. Das ist uns hier, oder? Ja. Der wird der wahrste Melone gewonnen. Oh! Hier, wo wurden gerade angesnipert, glaube ich, oder? Echt? Was? Werde gesnipert? Das ist der Gewinner! Ah! Der hat den Haarbrecht kaputt gemacht. Warte, da ist Anne. Anne hier auf dem Dach. RAND DALE! RAND DALE! RAND DALE! RAND DALE! Los! Los! Watch out! The Traders have shut down the generator. All lines in the trading testers will not work for two minutes. Oh, das war cool, Dalu. Wie hast du das gemacht? Geil! Ja. The item. Dalu? Hier ist er im Dead... Hä? Warte, ich spiele das... RAND WINGER war auch... Oh, Friendship! Totale Friendship out of control. Also kaputt war es nicht. Was willst du von mir? Where you at? Where you at? Na, Grants, der war nicht so gut beziehbar. Ich bin Detective. Ich hab... Ich hab doch die Waffe in der Hand gehabt. Kannst ja deinen Job hier an den Nagel hängen, wenn du wieder schießt. Was ist das für schade gekommen? Ja, aber ich hab doch hier die andere Waffe verraten. Hier ist er gekündigt. Glaub mal was. Da musst du aufpassen. Da ist... Oh, da! Da ist... Oh! Yay! Hau da! Haben Sie auch einen Führerschein dafür? Bitte? Brauch ich nicht. Ich bin Beifahrer. Nein. Hier, Nils. Hier kannst du üben, raufzuspringen. Auf dem Tag. Das ist ein Wahnsinn. Oh! Einer ist tot. Ich glaub, das war Jude, die gerät geschlossen ist. Einer ist tot. Hier! Oh, ich hab kein Leben mehr. Nils ist es. Ah! Dalo, hast du gerade auf mich geschossen? Dalo, warum hast du nicht... Habe ich nicht! Dalo schießt auf mich auch! Ja, natürlich! Weil ich gewinnen will. Ja, aber warte. Hä? Nils knallt hier irgendwie alle ab und ich bin... Wohann bin ich denn jetzt gestorben? An meinem Misch. Boah, ich hasse das Ding. Ich hasse das Ding. Ich hasse es so sehr. Aber warum soll ich es nicht nehmen, wenn es jeder nimmt? Ich find's toll. Du hast doch... Nee, nee, viel gekillt. Wohann bin ich gestorben. Oh, ich hasse das Ding. Weißt du richtig? Goro Botster. Oh, noch ein Fate, Leute. Verdient, ey. Kann nie genug Fates haben. Fate ist immer so... Schicksal ist immer gut, ey. Das find ich in dem Spiel. Weg mit Fate. Ich find das gut. Hashtag. Fategate. Auf dem Schwulhof ist der angeregt. Auf dem Schwulhof ist der so... In der Cafeteria... Und wie wir alle wissen, was auf dem Schwulhof hip ist, das wird in ein paar Jahren bei uns auch hip. Hört ihr alles auf bei Kapuza auf dem Kanal. Moment mal. Komm her, du. Moment mal. Aber denk dran, wo ihr es zuerst gesehen habt, ne? Ja eben. Auf dem Schwulhof. Rechts aber. Rechts aber. Ich hab dieses Fassi gut aufgeladen. Da hab ich ein Move in gelegt. Vita, mach keinen Scheiß jetzt für den Stein. Willst du hier? Hahaha. Hallo? Ich will auf das Auto warten und es dann stacken lassen. Argepein. Argepein. Ich glaub, dass ich so weiß. Ja, indem ich da so ein Prop vorlege. Kaputze. Argepein. Unter die Reifen, weißt du? Stell dir mal vor, dann baut du so Speed auf, dann nimmst du das Fass weg und dann fällst es so weg. Hey, jetzt bist du mir aufs Dach gestimmt, ey. Nein, nein, nein. Hey, und wer schießt da auf mich? Du musst in der Mitte liegen bleiben, das Fass. Yo, bitte. Du fasst das doch. Oh, du Idiot! Du bist so ein riesiger Nils. Okay, der ist beim Helms nicht. Oh, wer war das? Da wurde jemand abgeschlüssen. Da wurde einer abgeworfen. Das war ich aber nicht. Oh, oh, oh. Aber ich hab seine Diegel. Ich war das nicht, Goro. Du hast das gesehen. Ja, nicht seine Runde. Ich hab nichts gesehen. Da hinten. Da hinten. Ich wurde von Agepi eine Taube geworfen. Und gebabilt. Ich hab keine Taube geworfen. Agepi. Das ist Versteck ever. Hier bleib ich. Für immer. Dalu lebt wieder übrigens. Er schießt auf Kapuze. Wer? Dalu schießt auf Kapuze. Ja, weil ich ihn wiederbelebt hab. Nein, warum auf mich wurde geschossen? Ja, von Dalu. Ja, was? Warum? Weil er wiederbelebt wurde. Ja, aber er hat Dalu einen Deadringer gehabt. Der Schwachsinn. Nein. Ich hab ihn wiederbelebt. Er ist gestorben. Also ist Kapuze frei zum Abschluss. Nein, warum denn? Also Dalu hat auf ihn geschossen. Ja, weil Dalu der Inno ist. Dalu, rede mal. Gib mal Zeichen von dir. Darf nicht reden. Er darf nicht reden, weil er wiederbelebt wurde. Ey. Kapuze hat ihn getötet. Ja, der Traitor ist tot. Ich hab einen Punkt bekommen. Ja. Ja, ich hab ihn. Ist Dalu schon wieder tot? Ja, warte. Das war ja Kapuze, ne? Sau, du komm. Vorsicht, Vita. Hollis. Du hast gezielt auf mich. Brumm, brumm. Hä? Bist du? Ich hab extra das schön aufgebaut, aber das ist nichts passiert. Hä? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Dalu. Das machst du aber beim nächsten Mal bitte besser. Botzter. Botzter. Hier willst du Dalu. Scheiße. Goro. Ja, die ist weg. Goro ist es. Oder AGP. Nein, Goro. Er ist tot. Ich hab wieder mal nichts gemacht. Anne, Anne hat sich mir selber mit der Taube... Als ich tot gewesen, hab ich alle Dingens durchgeklickt schnell, um zu sehen, ob irgendwer sich verdächtig verhält. Anne, wieso hast du dich mit der Taube selber getötet? Aber ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Du musst ja auch keinen töten, um Traitor zu sein. Ich hab auch extra nichts gesagt, dass ich dich gerade wieder belebe. Damit die Traitor halt noch weitermachen, wie gewohnt. Nein. Aber scheiße. Naja, er war ja tot. Er war tot. Er kann ja dann sehen, wer was macht. Ja, aber ich hab ja nichts gemacht. Das ist ja das. Aber für mich war es nur hundertprozentig Trader. Ich hab ja nichts gemacht. Ja, du musst auch nichts machen, um Traitor zu sein. Das kommt ja nach zehn Sekunden einfach so. Kollege. Ich hatte ja auch schon Verdachtkapuze. Aber ich kann auch nicht sagen, woran es festgemacht ist. Danke. Das ist halt so ein Gefühl auch. Also Position und Verhalt. Nein. Wenn Nils tot ist, bin ich es. Der Position war einfach, ich war einfach sicher da oben. Und Goro lebt, bin ich es. Nils out. Warte mal. Nils, ich glaube aber, dass du mich getötet hast. Nein, ich habe nichts geworfen. Nein, nein, nein. Ich stand auf einem Prop drauf und irgendwer hat den hochgehoben. Und dann bin ich einfach weggefetzt. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Irgendwer hat mich umgebracht. Was ist denn der Nighthawk? Damit kannst du ein Leichen anzünden und das ist so eine... Also du kannst da auch Sachen mit anzünden. Du wolltest mich vor dem Auto tasern, ne? Genau. Boah. Die ist skrubelos. Das ist richtig skrubelos. Nils, schon kapuze wieder. Dalu ist es, Leute, Dalu ist es. Hä, Vita, auf wen hast du geschossen? Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oh mein Gott, das Auto kommt. Ich will aufs Auto raus. Ich will aufs Auto raus. Er liegt oben. Ich will aufs Auto raus. Kapuze safe, sehr gut. Damit bin ich safe. Ich glaube Grenz... Wo ist Dalu gestorben? Hier oben rechts. Dann ist es Grenz auch, weil Grenz hat, während die sich hier in Firefight geliefert haben, hier an der Ecke gestanden und auf die Straße gezielt. Ja, dann ist es Grenz, ne Lüge. Dann ist es Grenz. Also für mich ist es hundertprozentig sicher. Hinterflwehr will noch die Cen auf auf den fahlen. Bei mir zu gehen. Na was wäre hier? Ich hab Agge gehe getötet. Von da drüben kam die Taube. Das ist wieder aus deiner Richtung. Aus meiner Richtung? Ja. Ich traurig ist der Mann... Nein, du kannst dir nicht... Ich glaube es ist eine Ann, die. Ich glaube die hat Fuck gesagt gerade. Was... Je an der! Ich glaub Anne ist nicht. Je an der! Der hat Fuck gesagt,осс Examples wie für Leute geschossen. Ja jaj*** wie willst du das erzählen? schießt da warte, warte, okay, Anne wer noch? wer ist es da noch? ja, Anne, die anderen beiden sind doch tot na, es sind AGP und Dalu gewesen achso AGP, okay Anne ich verfolg jetzt Anne ja, wo ist sie? die ist jetzt hier unten da im in diesem Reparaturschuppen hier ah, okay in der Reparaturschupp? klar die Garage da ich repartiere Sachen also der Cat Launcher macht nichts da unten, hier, da oben ist die Anne Cat Launcher ist verboten ist das ne demokratische Abstimmung jetzt? wer ist dafür? also wenn Caput zu safe ist und ich auch safe bin dann muss es ja Anne sein ist Caput zu safe? ich hab Dalu gekillt er hat Dalu gekillt ja klar hab ich Dalu gekillt dann knallt ihr ab, Julia ooooh ich wollte nur was warten man kann's nur AGP du warst in meinem Plan involviert du hättest gern schießen dürfen nachdem du hinter den beiden standest die auf mich geschossen hast und dann läufst du mir auch noch durchs Bild und kaputt hast er sonst da in der Ecke vor allem Dalu sagt er voll skrupellos und schießt mich in dem Moment ab und schießt noch in die Ecke da sitzt er und schießt noch in die Ecke schießt noch in die Ecke wirklich eiskalt von den Augen von Julia dem Detektor rum du hast angefangen zu schießen eben nach Aufschlussverfahren war's doch völlig logisch wieso es lebten doch noch acht Leute alle Frauen müssen nur zusammenhalten es hätte nur andere sein können oh hier gibt's nen geilen Move ja hier schon wo willst du hier gehen mich für nen slicken Move zeigen wo bist'n du hier 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 ja ich bin genau vor dir ich schwöre nicht ich hab'n geile Augen kriegst du das auch in Achtung move oooh oooh er hat's fast geschafft der Good Game ist das der schnell klettern Bug oder was ja ja wir müssen oh du wurdest geboostet du wurdest hochgeschubst ja super irgendwer hat kein HP scheiße du musst dann mit AD hoch ich nicht ich bin grad unten er stand die ganze Zeit und hat nichts gemacht wo ist denn nochmal AD wie wo ist denn neue die Vorsicht da kommt das hast du die Tasten spielst du mit Controller oder was nein du musst einfach seitlich die Leiter hoch Pfeiltasten einfach mit D die Leiter hoch er liegt oooh pass auf sich auf ein close call juhu ich hab's auch getestet mit oh das war richtig knapp ich bin hier nämlich da Ich hab Hagepi wieder gelegt. Sehr gut. Oh, jetzt bin Kati. Julia, du hast uns eingesperrt. Julia. Hagepi? Ist das ein Traitor-Tester? Weißt du, wer es war? Nefi, glaub ich. Ich glaube, Nefi hat Julia erschossen. Ja, Anne läuft gerade. Ja, die können wir auch abschießen. Oh nein. Komm, Nid. Das ist gut. Der Skill ist real. Der Skill ist real. Komm Jens, jetzt skill doch mal real hier. Oh, das war gar nichts. Oh, jetzt lässt du nach. Du warst gerade höher. Da ist Hagepi ja wieder. Ich hab ihn wiederbelebt. Ah. Agepi schaut so verdächtig nach oben. Ja, ihr könnt die Moves nicht. Geht doch mal weg. Alter, er blockt. Was ist denn hier Detective Blockalott? Oh. Er hat mich ge... Alter. Da oben war ne Plasma. Boah. Plasma oder ein Baby. Das war ziemlich krass auf jeden Fall. Plasma auf mich. Plasma auf mich. Plasma auf mich. Jemand hat ne Plasma nach mir oben hier geworfen. Ja, das war Dalu. Ja, ich wollte auf Agepi werfen. Warum wolltest du denn auf Agepi werfen? Weil Agepi seine Plasma auf mich geworfen. Das ist ja egal was. Wenn der mich umbringen will. Hey. Rabot. Was machst du Vita? Kaufst du eine oder was? Hat Vita geschossen? Nein, aber irgendwer hat auf Vita geschossen. Ich versuche hier ein Fass abzuschießen. Was ist da unten? Achso, das ist Dalu. Nefi warst du das? Nein. Nefi warst du das? Nefi warst du das? Einer von den beiden. Goro oder Nefi? Das ist Goro. Das war auch Nefi. Dann ist es Nefi. Agepi, du darfst nicht reden. Agepi, du darfst nicht reden. Goro. Goro. Ah, der war auch, ja. Ich dachte Goro oder Nefi. Ja, okay, hast aber recht. Er ist erlebt. Er lebt nicht. Er lebt nicht. Er ist da drin, er ist fast tot. Hol du den Kill. Schnapp ihn dir. Schnapp sie dir alle. Komm und schnapp ihn dir. Die Nate kam mit die Geile. Goro bei. Goro bei. Wir könnten ja nie vorbeigerannt sein, Agepi. Weiß jetzt einer, ob der einen Deadlinger hatte? Ja. Awww. Wer ist denn das hier? Potser! Poster. Das ist mir egal. Ich lad nach. Oh Gott. Schnell weg hier. Hey, ich lad nach. Vorsicht, Vorsicht. Noch ne Sekunde. Oh. Da warst du doch die Gang. GNG. 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 Agrenz war ein guter Move mit der Leiter. Mit der Leiter, ja schon wieder. Was war denn? Da war ich beim ersten Mal auch schon abgekratzt. Was war denn? Der ist schon wieder runtergefallen. Der Leiter hat irgendwie Wasser oder so. Aber ist einfach runtergesprungen auf den Steinboden. Und hatte dann 5 HP oder so. Das Spiel war vielleicht aber auch nicht die beste Idee, solange einfach mitten auf der Straße stehen zu bleiben. Mich hat immer eine super Idee von ihm. Ich hab einfach nach was gesucht. Ja, aber doch nicht mitten auf der Straße. Oho. Aber er hat noch was gesucht. Ich stehe zu dir die ganze Zeit neben dir und da. Wer hat AGP eigentlich umgelegt von uns? Ihr habt alle Waffen versteckt hier schon. Sehr gut. Ich hatte vorhin eine Sorge. Toll, jetzt hänge ich dir fest. Mal gucken, was ich werde, ob ich dich anspreche. Ah, ich bin tot. Keine Angst, Leute. Ich bin infektiv. 5 Schaden hat er mir gemacht. Ey, ich hätte dich auch abschießen können mit 100 Schaden. Ich hab dich gerettet. Ja, aber du hast 5 gemacht. Ja, ich hab dich gerettet. Schlimm genug. Jetzt will er mich holen, Leute. Den mach ich. War das hier? Bitte. Wer legt denn so einen Perser-Teppich hier unter den Auto? Die Perser. Sonst würde die ja keiner haben. Der perverse Perser. Komm, ich händen. Der Perser. Was machst du unsichtbar? Der Perser. Das ist halt das Baby von dem gewesen. Oh, Nils wollte Julia hier. Eiskalt-Taser. Komm rum, lass mal. Du gehst mit Julia. Warum? Ist das? Du willst mich doch nur gefügig machen. Da kommt der Blau Skoro. Das war Dalu. Was denn? Da ist er. Ne. Julia ist das. Julia ist das. Was ist mit mir? Ich mag Nefias. Die war das doch, oder? Ja, ja. Verprügel sie. Ja, dann. Ramm us in. Ich hab nichts gesehen. Okay, du hast nichts gesehen. Komm her, Julia. Aber schrei nicht so laut. Au, auf mich wird geschossen. Bostar wurde angeschossen am Abend. Bostar wurde angeschossen am Abend. Bostar. Du kannst selber den Dead Ringer Test machen. Los, das ist einer gewesen. Kapuze, schieß doch. Dann ist es Kapuze auch. Kapuze war's. Ich wurde angeschossen. Kapuze war grad hier. Kapuze war grad hier. Er hat nicht geschossen. Alle Dead Ringer Tests hier. Dead Ringer Test an Kapuze. Ja, ja. Dead Ringer Test an Goro. Goro hat keinen. Goro hat keinen. Goro hat keinen. Julia und Dead Ringer. Julian! Zinschmacht. Dalu Schieb. Da, Zinschmacht! Da, Zinschmacht! Da, Zinschmacht! Da, Zinschmacht! Da, Zinschmacht! So wie der Wolf! Zo! Anachten! Kapuze passt mal auch nicht auf, bitte! Ich hab wieder. Zinschmacht! Oh, sorry, Julia! Ich dachte, das war Dalu! Habt ihr an Julia den Dead Ringer Test gemacht? Juli, ist tot. Schmacht. Gut, dann habt ihr keinen, ne? Wack, bring doch Dalu um, du Idiot! Ja, ich... Du Idiote! Was hast du denn gekillt? Hat der! Ich hab ein anderes Problem. Stopp! Hab dich... und... Das ist er, ein Dead Ringer, ein Dead Ringer. Nein, ein Dead Ringer. Ja, achso... Ja. Nee, das ist nicht Death. Happel mal nicht so rum! Ja, ey du, ich bin im Kreuz voll, Anne. Schütze schlamm am Arm. Tja, ich hab's auf die Fresse gehoben. Anne, pass auf! Warte, 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 warte. Komm mal, Julia rein. Komm mal, Julia rein. Nein! Lass... Lass Julia da liegen, ey. Du hast auch kein Leben mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Komm mal kurz, der Heer Kapuze. Okay, okay, okay. Oh, da kommt nix mehr, ey. Da ist Ende im Gelände. Hex! Lassen sie das Medikind fallen und stellen sie sich... Oh, Mann! Aber der Kill an Gwenz war super mit dem Saber. Bup! Mit dem was? Mit dem Saber hat er dich erschlagen. Achso, ja. Ich hatte nur noch 10 HP, deswegen bin ich da unten stehen geblieben, Alter. Weißt du, und ich back da fest und Dalu kommt und da sagt du, ich mag Nephi. Der ging da, ey. Zusammengekauert in der Ecke, da hab ich den Kurs erschrocken. Und die Leute, ey, dein Deadringer-Test kam nicht so gut an bei den Leuten. Hat auch keinen interessiert. Irgendwas hatten wir mehr getan. Vor allem Dalu die ganze Zeit, deine Mama macht nen Deadringer-Test. Und dann hab ich die Deadringer getestet bei denen. Goro hatte keinen. Ich hatte keinen. Die ganze Zeit sagt Dalu, ich mag Nephi. Deine Mutter macht nen Deadringer-Test, weißt du? Und keiner erschießt ihn einfach. So. Aua. War doch okay. Dass Nephi tot ist, gut passiert halt, ne? Gute Runde gewesen. Kollateralschaden halt, ne? Der Deal hält schon noch an Anna am Ende. Highlight. Möchtest du kurz 5 Minuten Pause machen, Dalu? Warst du gut? Ist das ein Spiel, oder kann man darüber kaputt sein? Ey, Standard bei mir. Hey, hallo, hallo. Agipi, wann wolltest du mich eigentlich töten mit der Plasma? Also die Runde davor. Äh. So alt. Confirmed. Vita. Oh, er wird wirklich gestreuen. Dalu. Haben wir ihn gehauen. Haben wir ihn gehauen, ja? Da hat er da rumgeschaut. Ey, hier, das kam von Nephi. Ja, Nephi ist Detective. Oh, die brennen dann. Krass. Der Detective rusted aus, Leute. Anne ist tot. Ey, was ich sag, hallo kommt hinaus. Aua. Hey. Da ist Dalu. Oh Gott, ist das los. Good Gaming. Das war aus Fass. Mhm. Good Gaming hat schon wieder geschossen. Dicke Leute, als Fass zu bezeichnen ist nicht höflich. Ja, auf welches Fass soll ich denn ausschießen? Hier auf das hier? Hallo. Nein. Da, ich werd verfolgt. Von Nephi, glaub ich. Der ist aber Detective. Hä? Wo verfolge ich dich denn? Du bist doch hier auch in die Garage grad rein, oder? Ja, siehst du? Was war das? Äh. Hallo? Da, Lohan. Ey, was denn? Der Mörder ist vorbeigerannt hier. Sag doch mal, wer es war. Aber das konnte ich doch nicht sehen. Ich hab mich doch noch versteckt. Er hat doch vorhin schon wieder geschlagen. Ich hab mich doch noch versteckt. Da ist er in der Ecke. Er kauft ein! Er kauft ein! Was wollt ihr denn alle immer von mir? Ey! 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 Das war nicht ich! Das war nicht ich! Das war nicht ich! Das war nicht ich! Arme Dalu! Ich schwör's! Das war nicht ich! War das ein Nephi? Der Nephi sagt, dass ich es war. Aber ich war... Hey! Was machst du? Ja! Ich hab doch den Traitor gekillt! Bitte nicht schieß in Julia! Hä? Was ist denn mit Julia los? Hey, Franz! Oh Gott! Wieso war's denn da? Der Dings ist tot. Ja. Franz. Vita wurde grad erschossen. Es ist Kapuze oder AKP. Okay. Go! Oh du... Hund! Oh! 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 Er hat aber Glück gehabt mit der Zaube, dass die so gut reagiert hat, ey! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschau! Bis zum nächsten Mal, Leute! Deine intrigued hinterher! Wennли jemand wie ne einfach ein bisschenikamente depression ist!